Da ist ja noch so viel im Weg. Das soll doch weg. Da auch noch. Gut, ich mach mal ein bisschen hier mit weiter. Erstmal du noch weg. Da ist auch noch jede Menge. Was weg soll. Okay, aber das sieht schon besser aus. Dann bleiben wir einfach mal hier. So, dann dieses hier. Ach, schade, dass das so umständlich ist. Aber na gut, ist halt so. So, damit hätten wir das hier schon mal dicht. Dann machen wir auf der Seite weiter. So und so. Na, da muss ich, da kann ich hier ansetzen, aber ich muss hier noch wieder was wegmachen. Okay, gut. Aber, nee, das sieht, na gut, kann ich jetzt in der Dunkelheit nicht so erkennen. Das sieht schon so aus, als müssten wir dann noch ein bisschen mehr wegmachen hier von, also, Boden flicken, meine ich. Ja, okay, gut. Wie viel haben wir? Ja, das ist gar nicht mehr so viel. Wir brauchen gleich wieder was Weißes. Ja, okay, lass ich mal erst so. Aber, ach, naja, ich kann da nicht so gut hinsehen jetzt, weil es zu dunkel ist. So und so. Ja, der weiße Ton geht uns zur Neige. Wir brauchen gleich wieder mehr. So, und zwar jetzt, weil wir jetzt nichts mehr haben. Das macht nichts. Wir holen uns was. Dann kann ich auch das Inventar ausleeren. Und dann machen wir eben hier weiter. Viel haben wir ja noch nicht geschafft. Ja gut, aber ist eben so. Also gut, wir schauen mal, ob wir hier was haben. Also, da jedenfalls nicht. Ich, ähm, oh, ich glaube, Moment mal, ich habe doch hier, genau, ich habe hier noch weitere Kisten. Dafür habe ich die da. Genau für diesen Zweck. So. Alles, was ich nicht brauche, kommt jetzt mal da rein. Das da, ja, schmeiße ich auch mal rein. So, Eier und die Kisten ebenso. Okay, gut. So, haben wir jetzt noch, ja, hier, komm. Jede Menge weißen Ton. Das genügt erstmal. Und ab wieder nach unten. Ähm, ja genau, roten Ton brauchen wir ja nicht. Wir brauchen eigentlich nur weißen Ton. Ansonsten, ah ne, ich muss ja nach da vorne. Jetzt hier in die Richtung. Ach ja, ich habe zwar den Zaun mit. Äh, das könnten wir echt mal machen. Hier, damit ich den Aufgang finde. Das muss ich dann noch flicken. Ah, den mache ich aber jetzt in diese Richtung, natürlich. Hat der, ja doch, der muss auch weg. Stimmt. Ach so, das bringt mir jetzt ja nichts. Ja. Egal, bringt mir nichts. Weil ich ja die Treppen und so weiter nicht mit habe. Und das macht die Spinne hier. Ich drücke immer die verkehrte Taste. So, ich wollte doch, ich wollte doch, ähm, Au. Was ist das denn? Ich weiß nicht. Ach, da ist irgendwas kaputt gegangen. Soll mir auch recht sein. Ist weg. Stört mich nicht mehr. So, und so. Dann machen wir da gleich den Boden hin. Ähm, dann noch mal eine Fackel hier. So, hier haben wir da ein bisschen Stein am Stück weggemacht. Tja, mehr ist da halt nicht. Was ist denn da vorne? Ist das auch wieder so ein Ogre? Da rechts ist ein Skelett. Ja, das sieht mir nach Ogre aus. Und das Skelett schießt auch auf mich. Und das trifft auch noch. Jetzt sehe ich nichts mehr. Na gut, dann mache ich mal weiter. Hier mit der Mauer. Und da drüber. So, das wäre schon mal erledigt. Und das da. Okay, sehr gut. So weit sind wir schon mal. Na, was mache ich jetzt damit? Einfach mal raushauen hier. Ist eben das Flickwerk, ähm, das ich hier habe. Ah ne, da kann ich ja wieder geschickterweise so machen. War da unten auch was? Tatsächlich, da steht was. Ich maure dich jetzt hier ein. Genau, das passt. Stehe ich mir nicht im Weg. Ah, jetzt kommt das Dach rum. Aber es kommt nicht hoch. Dafür kann es hoch schießen. Naja, aber lange hat es das für genügend nicht mehr. Was machen wir da jetzt? Ähm, ich setze da nochmal eine Fackel hin. Aber da vorne sehe ich das Ende. Ja gut, das ist noch ein Stück bis zum, bis zu dem Ende. Haben wir eigentlich auf der anderen Seite auch markiert? Ich weiß ja jetzt nicht, wie weit ich da buddeln muss. Also ich meine, das, ja, wir haben noch jede Menge zu tun. Also das ist jetzt erstmal so kein Problem. so, ähm, ja, das muss auch weg. Na, da, komm jetzt hin, da, so genau. Dieses Skelett, jetzt wird er auf mich zu nerven. Es wird mich aber weiterhin treffen. Der kommt hier auch an. Der trifft mich auch. Ne, 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 ich wollte nicht die Fackel wegmachen. Ja, ich treffe ihn da aber. Aber der trifft mich auch. Ja, okay, der ist schon mal weg. Und das, äh, das Skelett sehe ich jetzt auch nicht mehr. Ne, da vorne ist, ist eine Spiegelung in der, im Wasser. So. So. So, ne. Skelett, ah, nein, jetzt bin ich zum Skelett gefallen. Da hätte es gleich noch eins. Ihr seht das wahrscheinlich jetzt nicht so, weil es hier dunkel ist. Ja, flieg, flieg doch runter. Okay, oder so. Da ist noch irgendwas. Das ist ein Creeper. Ich fiel hier wieder hoch. Ach, ich kann mir mal, oh, Moment, ich sollte was essen. Aktuell stehe ich hier so einigermaßen sicher. Nein, jetzt komme ich hier nicht hoch. Ähm, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte da unten nach keinen weißen Block hinsetzen. Ist auch Verschwendung, aber egal. Ich hab da jetzt so viel. Hauptsache, die, die Skelette und so weiter. Ne, das ist auch verkehrt. Die kommen hier nicht mehr her. Ich könnte ja auch mal eine Fackel hinsetzen. Die Glieder unten. Nein, äh, Fackel. So. Auch mal voll das Chaos hier. Jetzt schau ich mal, dass ich hier noch was wegkriege hier. So. So. Okay. Das haben wir schon mal hier soweit. Und diese beiden hier. Ja, okay. Das war mal wieder eine schöne Sektion hier zum Weckschlagen. So. Dann muss ich die eben noch mal hinsetzen. Aber ist mir jetzt egal. Geht schneller. Und dann so und so. Puh, okay. Ja, bis dahin. Und so. Okay, so. Wunderbar. Jetzt ist da ziemlich Ruhe da unten. Da soll mir recht sein. Okay, dann schauen wir mal. Den hier weg. Und den hier weg. So. Und auch hier die beiden noch. Dann haben wir das hier wieder bündig. Und können hoffentlich hier wieder vernünftig weitermachen. Was machen jetzt? Na, von wegen. Nee, es ist immer noch zu brüchig hier. Ja gut, dann bauen wir uns eben einfach mal wieder ein Stück weiter vor. So, sehr gut. Das passt schon mal. Bis hier hin. Dann muss das hier weg. So. Und so, genau. Sehr schön. Die zwei hier noch und da noch ein Stück weit. So. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ach, Mensch. Na ja, egal. Ich habe die falsche Spitzhacke benutzt. Und hier einmal von der Seite. Ja, und dann so. Da ist ja wieder Erde. So, die Erde hinten auch gleich. Oh ja. Also wir nähern uns dem Ende hier. Von diesem lückenhaften Ding hier. So und so. Okay, bis dahin wird der Boden schon mal soweit fertig. Okay, soweit. Okay. Oh, das wäre auch... Mann, ey, ist das eine komplizierte Arbeit hier. Ich mache nochmal eine Fackel hin. So. Noch mal ein bisschen was essen. Okay, das sieht hier gut aus. Hier ist noch ein bisschen... Ach ja, genau. Da wollte ich ja anders vorgehen. Ja. Kein Wunder. Moment. Eine Fackel auf den Boden hier. Okay, ja. Wir scheinen das schlimmste überstanden zu haben. Und... Das da. Nee, so. Sehr gut. Okay. Ähm... Hm-hm. Was machen wir jetzt hier? Ich... Nee, ich will das gerne hier zu machen. Dass da von der Seite auch... nichts mehr rein kann. Oder zumindest nichts Großes mehr. Ja, doch. Das ist richtig. Also... Den Boden machen wir gleich. Moment eben. So. Das... Ah ja, dann kann ich hier schon mal. So und so. Genau. Das wieder weg. Das wieder weg. Dann mache ich eben... Hier und da. Es ist so eine... Doofe, einfache Arbeit. Aber dennoch muss man sich darauf konzentrieren. So. Zack. Jetzt sieht das wieder vernünftig aus hier. Jetzt machen wir mal hier ein bisschen weiter. Oder... Wir könnten auf der anderen Seite anfangen. Bis wir zum Durchbruch kommen. Das wäre ja auch sinnvoll. Oh nee, das habe ich verkehrt gemacht. So, jetzt haben wir das hier gleichmäßig abgeschlossen. Ja, doch. Wir schauen uns das einfach mal an. Erstmal da hin. Ja genau, in diese Richtung. Auf 101. Ne, 100. Ähm. 1111. Da... Ja, jetzt weiß ich jetzt nicht, ob wir da schon vorgezeichnet haben oder nicht. Oder ich schaue mir einfach die Koordinate an. Das könnte ich ja auch machen. Und dann weiß ich auch, wie weit ich da muss. Ne, da habe ich noch nichts gemacht. Hier. Hier müsste das sein. Dann, okay. Bis runter. Bis 25. Genau, hier. So. Jetzt machen wir uns erstmal ein bisschen Platz. So und so. Das da. Und das da. Genügt aber noch nicht. Das ist jetzt eine Fünferbreite. Ich will ja noch eins breiter. Ja.